Namaste! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction-Video von Fahrakes Inc. mit Elvigaru und Susanne, gucken wir euch das innestes Lied an, ähm, Kill-Juri, äh, Futuring Shradar Kapoor und Obambam, also zu Shradar Kapoor haben wir einige Reactions gemacht und wir haben ehrlich gesagt lange nichts mehr von Shradar Kapoor angeschaut dachte ich mir okay lass uns das mal anschauen ich sehe so Free Fire, äh, ich habe schon thailändische Videos gesehen, das ist auch nicht Free Fire ich weiß nicht ob es ein Spiel ist oder so, äh, auf jeden Fall die Entsprungsaugen also richtig interessant, falls ihr mehr Infos habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben äh, wir fangen auch mal direkt an mit dem Beat Kit, Entschuldigung let's gooo sieht ganz schön aus das ist COD glaube ich, ja Handy okay, ist ja echt ein Game ich dachte gerade das ist irgendwie so, äh, Call of Futures mit der Handy, aber anscheinend das ist doch anderes ja ich hab dich ok ich hab dich ich hab dich sie haben wahrscheinlich ihren eigenen Plan du sie wirst, wie ich mag sie du sie wirst, wie sie wirst sie wirst, sie wirst du auch sie wirst du auch sie wirst du auch sie wirst du auch ich bin dein Hero Mode und die Diwali Party okay okay Cello oh okay oh okay oh, er hat voll schön die Augen die ganze Lichter ja die view sieht richtig fresh aus ja so wie der Beat ja so kommt die voll hübsch mhm oh oh alter der Bodine Tschöne Kleid. Alle tocken das Game. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ein Game in einem Musikvideo. Ich finde das Video richtig chillig. Oh, der Wies. Soll er nämlich gut am Volleyball zu tun haben. Ja, stimmt schon. Wo alle miteinander tanzen. Verschiedene Schleidung. Ja, genau. Ich kenne ihn auch nicht. Ob er Schauspieler ist oder so. Oh, schön. Das Video hat irgendwas. Ich weiß es nicht. Es ist schon voll gemacht. Ja. 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 Ich kenne ihn auch. Nice. Ich kenne die Stimme. Das ist auch sehr gut. Die machen echt krass viel Werbung. Das ist das Game. Ja. Wie gesagt auch in Thailand. Ja. Musikvideos. Krass. Die stecken wohl echt viel Geld rein. Ja. Ja. Stimmt. Ja klar. Wenn es so Stars machen. Das ist schon eine gute Promo. Ja. Das stimmt. Selber Promo. Leiden wir auf jeden Fall. Musik war geil. Cool getanzt. Schönes Video. Gute Werbung halt finde ich. Ja. Ich hab ja gut gemacht. Äh. Falls du noch jemand da an den Bojo zu Reactions anstelle. Guck mal vorbei auf den Kanal. Falls ihr mehr sehen wollt. Vergiss nicht ein Abo da zu lassen. Fickst da nicht wie du Liken. Was dir die Herzen gefallen hat. Und sagen wir auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.